hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge league of legends und wieder mit einem rankt und diesmal ist auch wieder der vollmilchstrache dabei a.k.a. thomas a.k.a. kitchin a.k.a. garen habe ich irgendwas vergessen alles alles bei alles alles dabei wunderbar wo ich sollte natürlich die ruhe und alles ändern war weil gerade eben haram und so sollte man vielleicht nicht tun so wir hatten ja gerade schon mal darüber geredet jetzt haben wir bei uns im team heute ist groß hat geklappt also ihr seht ja den chat leute ihr seht den chat prefer jungle prefer top und f melo 36 denkt sich i give a fuck o ging singed eklig hä ne singed oh lucian gibt es besseren gibt es besseren counter gegen nasus ja gibt es aber äh oopi oh gott weissen äh erst mal sehen was ich jetzt spielen soll mitte mitte ja ob die super mit champions habe ich jetzt ohne gerade problem mitte oder support also er fragt schon wo er hin soll mach den kopp ja gut hier geht er zu bord sicher noch kannst du liegen er tut es ja ich habe überlegt äh ja mitte zu spielen aber ja mit laden finde ich stehe nicht so gut blitzcrank und sibir ne ja das ist mies ich ahne böses es riecht nach 6 zu 4 mal schauen mal schauen ja jetzt sagst du jetzt wieder so ja klar bist du auf leu nexus oder solche oder willst du gar nicht mir ist wumper vielleicht willst du ja auch gar nicht guck mal das ist doch völlig egal jetzt sagst du jetzt so ja mhm immerhin wurden wir in dem vorletzten game ja von norvain kaputt gemacht die silber 2 war so und ihre kollegen wollen gold 5 das ist richtig das von daher das ist richtig ich mach mal kurz hier dip dip und ditte und dann haben wir alles schicki so pass auf ich hab's offen den lollen nexus also du bist auf jeden fall der in promos hast 1 gewonnen 2 verloren dafür kann ich dir schon mal verraten oi das hab ich jetzt nicht auch also unsere wayne ist gold 5 hat auch schon einige ranked spiele hinter sich oi echt der nasus jaja die hat jetzt ungefähr 150 spiele ungefähr der nasus ist silber 1 hat 500 spiele oi was jaja unser trash ist gold 5 und hat ungefähr mhm 130 spiele oi krass ok lol bei mir wird schon angezeigt 6 zu 4 los lol ist so bei mir wird angezeigt unranked ranked wins 6 wins 4 loses leute lol nexus ist ein orakel was ist hier los achso ach ne stimmt ja lol was ja wird angezeigt ja unrealistisch mies auf jeden fall die wii ist silber 1 hat auch ungefähr 130 spiele die syndra ist gold 4 mit ungefähr 300 spielen ja so ist in seinen placement matches 3 1 steht er sie wir gold 5 mit auch ungefähr 150 spielen und der blitzcrank ist selber 2 grad in seiner promo mit knapp 50 spielen naja dann schauen wir mal ja es soll geschehen nexus macht mir voll hoffnung ne da steht jetzt schon 6 wins 4 loses steht einfach jetzt schon da die prognose ist real leute für den ruhm willkommen in der kluft der beschwörer aber das geile ist auch einfach ne dass bei dir bei mir steht jetzt einfach ein lose mehr als ich habe ne mhm bei dir ist jetzt aber kein drittes x oder so ja stimmt siehste rein theoretisch müsste dir auch dabei sein aber siehste es gibt nur hoffnung mhm ja der nachsauce der will dir anscheinend helfen nö der will dir anscheinend gleich stack ja vor allem das lohnt sich mit nasus hier vorne zu stehen bei trash wird zum beispiel gar nicht angezeigt achso er bei uns wird angezeigt er hat noch 19 punkte lalala lalala lalalah lalala 2 noch vorne steht голос neh Feedback hat über 300 spielt noch notaba hallo also ohne jetzt abwerten klingen zu wollen muss man pingen bei ihm dann musst du das alleine machen so der nächste gang verzögert sich um eine halbe stunde es bewegt sich jetzt jetzt wieder jetzt noch kommen und ich würde sagen damit hat er gut gemacht dass er 23 jetzt getränkt hat kann ich ihm einfach nicht böse sein ach ja so ist top lane ja ich hätte gedacht ja so gut mittel ist die sind ja noch das gut aber sind ja auch top gehen können gegen nasus sollen ja auch abpacken können doch hätten zu tun können es ist jetzt nicht schön wenn sie sich jetzt nicht und sie hat sich werden lassen jetzt müssten ja eigentlich greedy werden doch nicht jetzt ein dem mark zieht sich nie zurück was los habe sie nicht mehr gekriegt das blatt haben wir schon mal um es halt dass sie noch gestorben ist der beste aus situation wäre gewesen wenn sie rausgekommen wäre definitiv ich frage schon mal besser ist die sind das jetzt fast jeden krank aber dass es bald wieder kommt weil bei ihm geht es ja offensichtlich um was immer weiß ich komme bitte oder ich glaube ich erst mal top weil er ist ziemlich weit vorne kann sein dass er sich gesehen hat doch hat er gecheckt da hatte dann komme ich doch mit jetzt genau jetzt wort da rein alter da wenn ich dich doch gesehen haben hat sie nichts wort wir erst mal eigentlich herz und blubber so dein ernst so ist wach auf jungen kriegt halt die bot lane ist nicht möglich muss die babysitten geht nicht anders es soll geschehen und links wieder ready ein ghost doch wie im jungle ist natürlich auch eklig da krieg man nicht alles gewartet interessant wo man nicht so sein war jetzt hat wain auf jeden fall eine dicke farmwelle die sie hoffentlich auch nutzt ach ne er hat flu gekriegt alles klar hm komm ich gleich mitte ja da ist die dann auf jeden fall reds item wenn man hier sogar gleich das zwartblätterplätze weg hinter uns wie das dumme kind alter flash sogar noch habe ich den kill bekommen scheiße ich glaube dass der blue ich hatte eigentlich ich war eigentlich der meinung ich hätte abgedreht aber die die kriegst du jetzt blue in top lane aus mittlerweile ist es wenigstens nicht hp und die wählen muss ich sagen dafür dass sie alleine ist schlägt sich ganz gut der gute tower der geht einfach flöten da kann sie nichts machen auf jeden Fall ein demasianer zieht sich nie zurück pfff 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 Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Uuuuhh, hat die Verbindung wiederhergestellt. Ja, und 53, 71 Farmen mäßig, ne, auf der Botlane. Geht sogar. Komm ich gleich nochmal mit, Ghost is ready. Okay, go. Diesmal wollte ich es nicht. Ja, die wär ja auch am Tower gewesen, also. Da wär ich reingegangen, hätte ich kein Problem mit da. OdiB, unterm Tower, krass. Und? Es reicht nicht. Krass. Ah, sehr shit. Ist nicht wahr. Lass dich nicht grabben, nein. Ah, die Position. Musst du Botlane? Ja, wird schon machen. Stürb, schieß nur, ob wir die kriegen, ey. Na, wenn sie jetzt weiter pushen, auf jeden Fall. Okay, bin da. Man muss genau warten. Ready? Ja. Wird kein Mana. Ah, hab ich gekriegt. Sehr schön. Nur das. Ja, die snacken wir auch noch weg. Die Minions, Alter. Ah. Ah. Dieser Hass. Halt, krass mal an, ja. Jawoll. Ah. Aber er will dieses Minion halt, ey, na. Einfach mal unser Positioning verrät. Oder das was bad. Nein, nein, tut es nicht, tut es nicht, tut es nicht. Du bist einfach nicht. Naja, hat es doch verkackt. Der hat ausgedeckt. Denk. Okay. Nice. Hat er dir wohl schon rausgehauen. Auf, auf. Boah. Trash. 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 Ist 10不行. Fing hast du wirklich aufpassen, tut er nicht? Nee. Ohh, nice. Trash. Für jetzt ist er jetzt gedoggt, Alter. Nasus hat ult, ne. Ich wäre auch da. Na, dann halt, auch. », Glitzcrank, was soll's. Der, der pennt halt. Das ist total Hölle Ja, als wenn er sich nur einen Splitzcrank gekriegt Nein! Okay, das war bad Dennoch fehlt wieder Oh, dies Ach ne, ich habe Plusplug gekriegt Oh, Trash, Alter Ich muss langsam was machen hier, komm Oh, nichts kotzen, Alter Ja Oh, die machen, Trash Ja, jetzt muss ich gesehen haben, dass ich tot bin Jo Ah, 5er Boots, incoming Egal, das What? Danke Nice So pro Hallo Wie jetzt mal herkriegt Na, das war wieder der Stressfaktor, ist er? Damit kam es ja anscheinend schon mal nicht klar Ich glaube, wir kommen jetzt Mitte Kannst du doch Binder Oh, Loll Der Hook Oh, Loll Mach keinen Scheiß schon mal Dieser Hook Und der Grab Okay, lass Können wir nichts rausholen Ah, genau, erlaub mich zu Einen Ernst Das reicht ja nicht mal im Leben, ey Okay Jetzt bin ich auf CD, ne? Ja 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 Ja, das ist auch low Ja, das ist auch low Ja, das ist auch low What? Ich habe zwei Worts geplaced hier Naja Okay, da war kein Flash Das wäre ja eigentlich nur der Blitzkrieg Mhm Hallo? Ja Ja Oh, Leute Ich Komm, war richtig schlecht Doll Ich noch verfehlt Bones Bones Und wie ist wieder Shoplane, ey Der Geist Der Miststück Kommst kurz mit Top Ja, so holen Muss auch mal wieder sterben Oh, wie? Hallo Nee, ich muss die Lange gegen die Syndra däven, ey Hier dauere jeden Scheiß Ich weiß nicht wo die ist, ne Kann der höchstens Richtung Toplane sein Nee, die kriegt Plu- Nee Hä? In? Los Doch, oder? Das hat keinen Maraner mehr, Alter Nop Nop Hätte ich eher gedacht, dass ich die bei krieg, aber Natürlich ohne schlecht Puschen halt unten, Alter Mhm Hm Das ist noch eine Tower King Oh, da kommt ein Teleport Oh, 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 oh Na, fliegt ihr mit, tau Wuppe Kargehen kannst du nicht, alter, kannst du nebenan Na, dann gewinn ich einfach zu Der Typ Geht mir eh schon wieder übel ich bin einfach nur durch masse weiße ist ja nicht die wehne ist ja völlig in ordnung also die hat ja die war zwar alleine aber hat sie gespielt muss man sagen ein und meine welt schweizkirchen aber die macht eine weiter nr ist und da läuft mein wort aus toll fixe auch blut verstehe aber auch nicht was der trash macht oder lieber mit level und von der seite da kommt blitzkarot hallo trash die das noch in eine hohe ping hat was denn du geht doch mal dort weg also what the fuck nun einfach mal vier leute jetzt können wir jetzt können wir ja komm mal voll los in die lobe der trash ey ich verstehe den ey es ist noch mal die ping hat ist noch mal dr. 10 die pings get's im drake ok die hat geflasht ok 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 rotlin tauren mhm oh die können wir zu viel vernehmendung ach ich habe jetzt blu ok ich habe mich hingekillt haha ok ich habe dk noch mehr ja weiter gehe ich aber nicht oh trash ist schon level 9 hab ich zwei mal brutalisierer macht voll sind das ist dumm ach shit ist schon zu spät ja und so wieder zu dritt die häslons äl ja ich weiß auch mal ein scheiß ne darfst du blu alleine ne ich hab doch blu ich brauch keinen ok panasis wardet auch nicht ne die ganzen die ganzen wards die bis jetzt da waren waren alle von mir trash trash siehst du dass ich nicht mehr da bin das ist so ein übelster typ trash die sch져st im Es soll geschehen. Sibi? Der ist mir voll entgegengelaufen, ey. Ich muss mich grad voll zusammenreißen. Hier, warte, kriegst du wieder Blue. Der hätte ja noch rauskommen können. Hätte. Kommst du Blue? Achso, jetzt hab ich keinen mehr. Deswegen, ja. Ich komme. Oh, Nasus, Nasus. Oh, unter dem Tower. Unter dem Tower mit Flash. Mit Flash in the dash. Können wir vielleicht den Tower noch einreißen? Ja, Logan. Da muss ich mal da sein. Ja, ich bin. Ich bin jetzt noch ein Zeck. Schon da Oh, der Nase, was macht denn der Rott? Wenn er nicht so weit gehen würde, wäre er sogar da Na ne Klatsch Okay, die hat geflasht Oh, der Fade, da bist du dran, oder? 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 Okay, hol ich noch kurz Botform ab, damit es nicht so eine vergoldete Zeit ist Oh, der Fade, da bist du dran, oder? 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 Einen Dase, du welch hast du dran, oder? Oh, der Fade, da bist du dran, oder? Oh, der Fade, da bist du dran, oder? Nur alsabber Says Slur? Was? ich kann ja nicht mehr helfen musik aber wo sie kamen habe ich doch gleich reise ausgenommen und da habe ich gesagt auch machst du mal red barf warum nicht weißt du weil ich ja so pervers auf die fresse bekommen wo ich habe das ja auch das und dann geht man top lane dann hast du schon mal gar nichts mehr reißen kann guck dir diese trat das war eh cool alter die hat half live jesus witzig nase bluboff oder warte warte alter ich wieder vergesse mein trinket zu tauschen mann wo stecken es soll geschehen wo stehen die warts ich sehe hier keine warts alter die müssen im überstehen mann also ich stehe meine ein dimassianer du wirst doch noch wo der rest des teams ist ja lol was war denn das der hat dem exhaust gegeben und stand still ach der ständig instant exhaust ja wenn der wenigstens geguckt hätte wirst du schon was machen können da auch so wie wir von hinten kommen mit blitz zusammen ja ja zum ersten auf blitzen wenn ihr so schön dann alle geiern ja ja wurscht machte halt erst mal aufläufen du bist so mies ey ok sie wird auch auf cooldown ok ich denke hier in der base ja aber ja viel gekonnt jetzt kommen keine krebs ich gehe raus oh 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 ich denke ja wir müssen einfach raus blue und red ich will den hibetor jetzt machen das muss ich ja lohnt dass man hier gerockt was schreiben die tryharder die haben noch die botland getreiharded die wixer alter wo bin ich alleine kommen mit reingehen na klasse weggesnackt ist so geil ja stundenklaas so viel zum thema lull nexus 64 kannst mich mal so 7 3 oh mein gott ich hab angst und und leute ich will nicht go ich will da nicht drauf drücken ach scheiße was solls und silber haben wir schonmal silber 4 alter nein nein so was das hab ich doch jungen dass du dickes silber bist was da los dicke silber silber 4 du pappnase ja 7 3 ist ja wohl silber 1 alter ja so viel zum thema dann ja so viel zum thema was wir heute gelesen haben von wegen letzte season wenn du 10 spiele gewonnen hast wärst du platin gekommen ne ich hatte 7 3 alter will der mich verarschen so viel zum dem artikel ja in der letzten in der vierte oder so meine ich ja also kurz für euch zur erklärung ich hab grad einen artikel gelesen von wegen wie das placement diese season abläuft und da hat er noch geschrieben letzte season war es so habt ihr 10 placement spiele gewonnen hättet ihr platin reingehen können da wurde nicht für rücksicht auf die letzte season auf die season nach vorgenommen und hast du 10 spiele verloren bist du von platin auf silber oder gold gedroppt quasi und ich hatte 7 wins und 3 loses und bin von silber 1 auf silber 4 gedroppt also erzählt mir keinen scheiß egal die placement haben wir hinter uns gott sei dank die hürde ist schon mal genommen und ähm ja jetzt gilt es natürlich silber 4 promotion games silber 3 promotion games silber 2 promotion games und so weiter ja das wird ein träumchen leute das wird ein träumchen bleibt dran bis zur nächsten folge tschüss tschau läuft tschüss 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 tschüss